Albert Steinhauser, Justizsprecher der Grünen, ist am Wort. Ich glaube, auch die Medienberichterstattung hat gezeigt, dass der Mord am Brunner Markt niemand kalt gelassen hat. Und ich glaube, das hat zwei Gründe. Der erste Gedanke, der einem kommt, ist, hätte man das verhindern können. Und der zweite Gedanke, es hätte jeden treffen können. Und das ist, glaube ich, das, was diesen Fall auch so dramatisch macht, obwohl natürlich jede Straftat und jeder Mord für sich ein Drama ist. Und Herr Justizminister, Sie haben meiner Meinung nach ganz richtig reagiert. Sie haben nicht gemauert, sondern Sie haben gesagt, wir schauen uns diesen Fall an, nämlich genau auf die Frage, wäre das verhinderbar gewesen, und haben diese Sonderkommission eingerichtet, weil ich schon glaube, dass es einige Fragen gibt, die dieser Fall aufwirft und denen nachgegangen werden muss. Der erste Punkt ist die Untersuchungshaft. Sie haben das sehr schön gesagt, Untersuchungshaft kann nicht willkürlich verengt werden, sondern folgt der genauen gesetzlichen Vorgaben. Es muss einen Untersuchungshaftgrund geben und die Untersuchungshaft muss verhältnismäßig sein. Untersuchungshaftgrund, Tatwiederholungsgefahr, Tatbegehungsgefahr. Ich halte mich zurück mit einer Beurteilung. Ich kenne die Aktenlage nicht, aber die Frage drängt sich natürlich schon auf, ist zumindest nicht da auszuschließen. Der zweite Punkt, möglicherweise Fluchtgefahr, es hat keinen festen Wohnsitz gegeben. Der zweite Punkt, die Verhältnismäßigkeit. Naja, selbst die Gewerbsmäßigkeit neu, mehrere Vortaten, wäre möglicherweise anwendbar gewesen. Ich sage es bewusst vorsichtig, weil ich den Akt nicht kenne. Dann wäre möglicherweise in Untersuchungshaft denkbar gewesen. Es ist zu klären, warum es nicht dazu gekommen ist. Möglicherweise haben die Gesetze das nicht zugelassen, aber es ist richtig hinzuschauen, ob hier möglicherweise auch eine Fehleinschätzung vorliegt oder ob Exlege gehandelt wurde. Der zweite Punkt ist, und den finde ich fast noch relevanter, weil ich möglicherweise dort auch eine Problematik sehe, warum ist diese Person, die möglicherweise, es liegt einiges nahe, auch psychisch krank war, nicht in einer psychiatrischen Abteilung untergebracht worden. Das wäre eigentlich der logische Weg, wenn man sagt, die Vortaten reichen nicht für eine Untersuchungshaft aus. Aber es gibt Anhaltspunkte, dass hier eine massive Erkrankung vorliegt. Warum wurde diese Person nicht untergebracht? Und ich finde das deswegen eine wichtige Frage, weil wir schon immer wieder hören, auch im Zusammenhang mit Maßnahmenvollzug, dass ein Problem im Maßnahmenvollzug ist, dass die Unterbringung im Vorfeld nicht funktioniert und dann Personen Straftaten setzen, die sie möglicherweise nicht gesetzt hätten, wenn vorher psychiatrisch reagiert worden wäre. Das ist, da haben Sie recht, auch eine Frage der psychiatrischen Versorgung. Und das ist natürlich auch eine Frage, die im Gesundheitsministerium zu beantworten ist. Natürlich ist der Fall wieder etwas schwieriger gelagert, weil möglicherweise eine psychiatrische Versorgung nicht möglich war, weil der Betroffene nicht willens war, sich in eine psychiatrische Versorgung zu begeben. Und ob die Gründe für eine Unterbringung gegeben waren, müssten wieder genau von dieser Kommission geprüft werden. Das ist natürlich eine Gratwanderung. Und aus guten Gründen hat man das alte Unterbringungsgesetz reformiert. Da hat es schon ein grobstörendes Verhalten ausgereicht, um psychiatrisch zwangseingewiesen zu werden. Und wir kennen ja auch die anderen Extremfälle. Gustl Mollert in Deutschland, das war ein Skandal sozusagen von der anderen Seite, wo jemand in der Psychiatrie gelandet ist, wo man sagt, das war ein Justizirrtum. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, und das ist möglicherweise ein Fall, wo man sagt, jemand hätte psychiatrisch versorgt werden müssen, auch gegen seinen Willen, um etwas Schlimmeres zu verhindern. Und das Gesetz gibt ja auch grundsätzlich die Möglichkeit dazu, nämlich dann, wenn eben eine Gefährdung von Leben und Gesundheit anderer Personen vorliegt. Und in dem Zusammenhang würde mich schon interessieren, ob diese Option aktiv geprüft wurde. Das heißt, ob dieser Francis N. jemals einem Arzt, einem Amtsarzt oder einer psychiatrischen Abteilung zur Untersuchung vorgeführt wurde. Und dann wäre die Frage, wie ist diese Untersuchung ausgegangen und warum ist sie so ausgegangen? Das finde ich einen ganz, ganz springenden Punkt, weil dort möglicherweise eine Fehlerquelle liegt, warum diese Person in der Situation nicht psychiatrisch aufgenommen worden ist. Denn ich befürchte fast, dass diese Person, der Francis N., nie einem Arzt vorgeführt wurde. Aus einem ganz einfachen Grund, dass diese Person mit Sicherheit eine schwierige Person war, die nicht kooperiert hat. Und wir wissen, die auch in Umständen sozusagen in diesem Hauseingang gelebt hat, der natürlich für die betroffenen Polizisten und Sozialarbeiter schwierig war. Wir wissen, dass er verwahrlost war, dass er offensichtlich voller Urin war. Das heißt, dass da eine gewisse Scheu möglicherweise besteht, aktiv zu werden, ist möglicherweise ein Problem, das hier gegeben war. Aber der entscheidende Punkt ist, das kann und darf kein Grund sein, dass jemand nicht einem Arzt vorgeführt wird, der prüft, ob diese Person möglicherweise, weil sie auch Vortaten gibt, eine Gefahr für Leib und Leben bzw. Gesundheit anderer Personen darstellt. Und ich glaube, dass dort möglicherweise eine Fehlerquelle liegt, wo man hinschauen muss, wo man sich auch überlegen muss, ob erstens das System funktioniert hat, ob die Schnittstellen funktionieren, haben Sie jetzt völlig richtig angesprochen, und ob das Gesetz in seinem Gestaltungsspielraum sozusagen passt. Das soll kein Schnellschuss sein, aber dieser Fall muss Anlass sein, darüber nachzudenken. Denn wir tragen alle als Politikerinnen und Politiker Verantwortung, die Legislative, aber auch die Exekutive, damit meine ich jetzt Sie als Minister, aber auch die ausführernden Organe wie die Polizei, hier sorgfältig vorzugehen. Wir sind für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zuständig und wir müssen die richtigen Schlüsse aus seinem Fall ziehen, wenn Fehler passiert sind, oder aber auch über Gesetzesänderungen nachdenken, wenn da und dort möglicherweise Lücken bestehen. Ich bin froh, dass Sie diesen Weg gehen, dass Sie sagen, wir schauen uns das schonungslos auf Basis der Aktenlage an. Ich sage noch einmal dazu, ich will mir kein Urteil anmaßen. Ich will aber, und das verlange ich, und das machen Sie auch, dass der Fall geprüft wird und genau hingeschaut wird, und dass man dann auch, und das wird auch im Parlament zu tun sein, aktiv eine Debatte darüber führt, welche Konsequenzen daraus allenfalls logistisch zu ziehen sind. Insofern möchte ich mich bedanken, dass Sie diesen Schritt setzen, und ich glaube, hier gibt es eine breite Einigkeit zwischen Opposition und Regierung, dass wir hier Verantwortung tragen und auch reagieren müssen. Dankeschön. Der Fall werfe einige Fragen auf, denen man nachgehen müsse, so Albert Steinhauser, Justizsprecher der Grünen. Warum sei etwa der mutmaßliche Täter nicht an einer psychiatrischen Anstalt untergebracht gewesen, obwohl es anscheinend Anzeichen einer Erkrankung gegeben habe?